TV-Racing gibt es seit 1991, also seit dem allerersten Jahr der großen kleinen Rennserie RCCO. Wir sind also eins der Gründungsmitglieder dieser Rennserie und wir haben damals auch das allererste Rennen gewonnen. Noch mit einem komplett serienmäßigen Porsche Carrera, also quasi wirklich aus der Packung von Carrera. Wir haben damals aber schon bei diesem ersten Rennen gemerkt, dass das so nicht weitergehen kann. Und ab dem zweiten Rennen hatten wir dann auch eine Eigenkonstruktion an den Start gebracht. Und ja, das war dann der Auftakt für ganz, ganz viele Siege. Wir hatten in den fast 30 Jahren unglaublich viele tolle Autos. Hier stehen ja einige hinter mir. Es war am Anfang immer unser Ziel, so ein bisschen die Konkurrenz zu überraschen. Und wir haben das meistens immer ganz geheim gehalten, im Winter mit welchem Auto wir dann im nächsten Jahr an den Start gehen würden. Das war dann immer die ganz große Überraschung. So kam dann irgendwann zum Beispiel der Opel Calibra V6 aus der DTM. Den gab es noch gar nicht als Modell. Wir haben es geschafft, ihn zu bauen und zu entwickeln und auch Unterstützung damals von Opel zu bekommen. Dann ein Jahr ganz großer Klassiker war der VW New Beetle, mit dem man eigentlich überhaupt nicht in der RCCO hätte erfolgreich sein dürfen aufgrund der Bauhöhe des Autos. Wir haben trotzdem damals den Titel geholt. Und ja, später dann Lamborghini war eine tolle Phase. Mit Porsche haben wir viele schöne Rennen gefahren. Und das tollste Auto, mit dem wir mit die meisten Erfolge erzielt haben, war ganz klar der Audi A8 LMS, das GT3 Auto, mit dem wir dann auch die fünf Siege in Folge beim 24-Stunden-Rennen der RCCO geschafft haben.